Hier der Feuerwehr ist sogar wegen dir schon ausgerückt. Guten Morgen aus Norwegen. Hallo ihr Lieben, wir starten die neue Woche in das schöne Amthoff. Also die Sonne scheint, es ist echt wunderschön hier. Es gibt Bötchen, es gibt einen schönen Stellplatz, es gibt Wiese zum Aufbau und es gibt sogar ein wenig Wind auf dem Wasser. Das einzige was fehlt, Kate. Kate ist nicht da. Wo ist Kate? Jetzt ist es so, wir haben die Wingsache aufgebaut und hatten schön hier ein Flachwassersession vor auf dem schönen Limpfjord. Und nicht nur hier vorne wollen wir fahren, sondern wenn ihr ganz in der Ferne schaut, ich zoome ein, seht ihr da möglichst eine Sandbank liegen. Da draußen, da ist auch so ein Seegeboot, vielleicht sieht man den liegen. Da war super schönes Flachwasser. Und Kate und ich sind rüber gedüst, weil in dieses Flachwasser fahren hinter der Sandbank ist einfach ein Traum. War es auch. Bis dann wir da angekommen sind und der Wind auf einmal nachgelassen hat. Jetzt habe ich es noch zurück geschafft mit dem großen Material. Ich musste übrigens auch eine ganze Weile schwimmen. Kate ist noch da draußen. Ja, sie hat gemeint, ich soll mal schon zurück gehen. Dann bin ich auf jeden Fall an Land. Ich war noch auf dem Foil und solange man auf dem Foil ist, fliegt man noch. Ich sehe Kate aber von hier treiben. Es kann sein, es ist sehr wechselhafter Wind. Ich hoffe sehr, sie bekommt noch ein Böe und schafft es dann noch einmal auf dem Foil, sodass sie zurückfahren kann. Aber ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil es ist schon echt leicht. Und vorhin war echt stark Wind, deswegen hat sie auch ein kleiner Foil. Ich balte sie mal in den Augen. Und dann im schlimmsten Fall kommt sie, so schlimm ist es dann auch nicht, an die andere Seite da vom Bucht an Land. Und dann muss ich sie da abholen. Dann war es einfach ein Stück Schwimmen und ein Stück Wandern. Ja, wir schauen mal was passiert. Ja, wenn man gut schaut, sieht man sie da treiben. Orange Ferne und dann etwas nach rechts sieht man da so ein kleiner grüner Wing. Und das ist genau auf die Strecke, wo es nach Ferresund, der Fähre rüber fährt. Da geht es mit dem Fähre rüber. Von der einen Landzunge nach der anderen Landzunge. Von da nach da. Die fährt den ganzen Tag hin und her. Und Kate tückert da auch jetzt hin und her. Ja, das ist schon echt ein Stück. Ich schätze mal zwei, drei Kilometer wird es schon sein. Ich zoome aus, dann könnt ihr sehen, was für ein Stück das ist. So, wir sind eine halbe Stunde weiter und ich fange mal an entlang den Strand zu spazieren, so dass ich sie weiter in der Bucht abholen kann. Die Arme. Da ist jetzt tatsächlich ruhig voll auf mehr Wind gekommen und ich glaube sie versucht es nochmal auf den Fäul zu kommen. Das wäre natürlich super. Oh, da geht es, da geht es. Ah, es ist echt leicht noch. Oh je, was für ein Kampf. Jetzt, sie fliegt schon wieder. Der Wind ist wieder zurück. Und sie ist auf dem Fäul. Ich glaube sie kann ihn einmal hochfahren jetzt zurück. Jetzt muss ich zurücklaufen. Jetzt bin ich umsonst gelaufen. Ja, schau, weil der Wind hat gedreht. Der ist anlandig geworden. Und sie fährt dann einmal hoch. Wir haben sie zurück. Sie ist anlandig. Also die Woche kann starten. Willkommen im neuen Wochen mit Kate. Hallo. Hey Kate, willkommen zurück. Danke. Hattest du eine gute Session? Hammer ey, es hätte nicht besser sein können. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du wieder gut zurück bist. Ich bin ein bisschen mit den Quallen geschlafen. Du Armer. Ja. Ja. Am Ende kam der noch mit. Ja. Und dann hatte ich aber zu wenig Höhe um das reinzufahren. Ja. Ja. Ich heftig tragen. Aber echt viele Quallen, ne? Also richtig viele. Riesige. 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 Ich saß mit meinen Füßen so auf Bord. Ja. Dass sich die Quallen nicht berührt. Aber ab und zu war es halt doch so. Ja. Ja. Also wir tragen alles zurück, bauen ab und äh... Reicht mehr, muss ich sagen. Reicht, ne? Abendessen. Ich glaube, der Wind jetzt nicht mehr. Auch wenn er jetzt gerade wieder mehr ist. Nee. Ich auch nicht. Also abgehakt für heute, wingen, das war's. Ja. Ja. Okay. Let's go. Hier der Feuerwehr ist sogar wegen dir schon ausgerückt. Siehst du das? Ja, ich dachte schon auf dem Wasser, ob du die geholt hast. Nee, ich weiß nicht, was die machen. Irgendwas in Übung wahrscheinlich, ja. Weil ich sehe kein Feuer. Nee. Oh, wer es glaubt oder nicht. Aber wir kommen endlich dazu. Unser Dachfenster abzudichten. Ja. Wie läuft's da oben? Ja, äh... Ist eine schwierige Arbeit. Ich bin jetzt mal... Ich denke, hier habe ich die Stelle gefunden, wo das Wasser reinzieht. Ja, das ist schon mal gut. Am Scharnier denke ich es, ne? Weil das ist immer schwierig. Aber da war so eine kleine Schlitzer. Ja. Da entferne ich jetzt schon mal alle, äh... Kleber oder dieses Bokone oder was auch drauf war. Damit ich es dann neu abdichten kann in der Stelle. Und dann hoffentlich trocken bleibt. Und dann hoffentlich trocken bleibt. Ja. Ich muss sagen, das Wetter dafür ist optimal. Wir haben Sonnenschein. Gar kein Wind. Es ist warm. Also... Besten Tag ausgesucht, oder? Ja. Wenn ich jeden guten Tag für sowas geben kann. Oh je. Du hast gestern schon gesagt, morgen fühlt sich an, als wäre ein Arbeitstag. Wenn das Dachfenster auf dem Programm stand. Ja. 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 Es sieht aus, als würdest du ein Schläfchen machen hier oben von unten. Äh... Ne. ich finde es nicht mal gemütlich. okay, deine beine hängen auch frei hier. also in den endzügen, Kai hat geklebt, ich bin mit dem finger und seifenwasser hinterher und wir sind eigentlich jetzt haben alle stellen die kritische aussagen gemacht. was meinst du? ja, wir hoffen mal aufs besten, hatte ich gesagt. warten auf regen. das ist auch komisch, dass man mal wartet auf regen. könnte auch ein eimer wasser drüber kippen, aber das brauchen wir jetzt auch nicht. erstmal muss es eh trocknen. wir sind nach lücken gefahren und schau, wir stehen auf dem strand. wie schön. jetzt haben wir uns hier noch ein paar oliven und reste vom avocadopesto pasta. mit dem weinchen. und schaut der ausblick. das einzige ist, wie die leute hier wohnen. da stehen die häuser direkt auf der dühne. direkt auf der dühne, stimmt. wir stehen aber direkt auf dem strand. ja, haben schönes plättchen. es gibt plättchen. es gibt wein. und das passt natürlich perfekt zu den oliven. und passt da. ja. das einzige ist, da sitzen wir noch schön aus dem wind und ab und zu kommt die sonne durch. aber es wird dunkler. also wir müssen aufpassen. wir hatten heute mittag so geiles wetter. und dann dachten wir, jetzt fahren wir zum strand. dann können wir da richtig schön noch auf dem strand sitzen mit dem beinchen. und dann sind wir voll ins schwarze gefahren eigentlich. naja, aber fühlst du das? siehst du das? der sonne kommt schon wieder raus. ja. also und wetter ist auch nur eine sache. stimmung die zweite. und die machen wir selber. und essen. also guten. lassen wir uns gut gehen. so. ich habe ein herrliches mittagsschläfen auf dem strand gemacht. nach dem wein hat es dich umgehauen. ja, es hat mich nach dem wein richtig umgehauen. und die sonne ist noch herrlich rausgekommen. und ich lag da herrlich. habe mir ein bisschen die rücke verbrannt. und jetzt geht es vom mittagessen direkt weiter. naja, das war ja so ein snack. so ein snack. ja, stimmt. ja, okay. vom aperitif direkt weiter in das abendessen. ich rühre mir hier. ich finde es sieht schon richtig geil aus. so eine erdnusssoße zusammen. während kate das gemüse fertig kocht. ja. und ich zeige es mal kurz. das ist aber auch ein bisschen improvisiert. okay. zwiebel, knoblauch und ingewer gebraten. und dann karotte, blumenkohl, paprika und kokosmilch. und ich habe jetzt einfach mal kurkuma noch rein. dann paprikapulver. und das kocht so lecker. ja. alles in einen topf. und dann gibt es das mit diesem erdnussdingens und sojasauce. ah ne, was auch noch drin ist. bambus. bambus. bambus, genau. haben wir noch nie gehabt. haben wir im supermarkt gesehen. und so miennudeln kommen noch drin, ne? stimmt, stimmt. die muss ich hier auch noch rein. die muss man noch nicht vergessen. ja. und dann alles zusammen. oh, ich liebe erdnusssoße. und ich habe mir gerade ein rezept rausgesucht. ich hoffe, das kann was. aber ich habe mal kurz geschmeckt. ist schon richtig gut. naja, du hast auch nicht echt nach Rezept. stimmt. weil ich... ah, nehme ich Olivennudel. haben wir... ahorn. ah, ich habe noch gar keinen süßen drin. aber du hast auch Apfelessig statt was? äh, Reisessig. Reisessig. ja. also alles eigentlich anders, wie es... aber trotzdem... aber hier... ja, du hast auch schon geschmeckt, ne? aber schmeckt mal ab. also... da ist bald mehr nichts mehr drin. schmeckt trotzdem richtig gut, ne? ja. ja. schön. also freue ich mich aufs essen. ich hoffe, aber das sieht gut aus. Sonne scheint noch. dass wir noch draußen in der Sonne sitzen können zum Abendessen. ja. ein Traum hier. es ist so schön. so, so schön. ein Traum hier. schau, das ist der Glück aus dem Bus. das ist doch... sehr, sehr schön. schöner Garten. schöner Garten, ne? ja. ja. und so sieht es dann aus. Erdnusssoße. herrlich. und... wow, mega. oh, ich bin schon so gespannt, wie es schmeckt. aber bestimmt richtig gut. und mit so einem Ausblick... hmmm... kann das nur gut schmecken. also... guten! erster Biss. da kommt er. erster Biss. gleich verbrenne ich mir den Mund. hmmm... 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 die Zitrone. ja? hmmm... hmmm... herrlich. hmmm... also guten Abend euch. guten Hunger. egal, wenn man irgendwas ausprobiert und schmeckt dann einfach. ja, ne? man macht irgendwelche Kräuter rein, was man... hmmm... ja, also... schönen Abend. schönen Abend. guten Morgen, mein Schatz! boah! das ist doch ein Wachwürden, ne? ja. wir dachten, vor Frühstück geben wir eine Runde ins Wasser, dass wir richtig wach sind. und ich friere nicht, ich stehe draußen im Bikini und friere nicht. mega. herrlich, herrliches Wetter. aber es soll heute noch gewittern. es sieht auch nicht so echt aus heute, das Wetter. es soll wechselhaft sein. egal. mal gucken, wahrscheinlich sobald ich mein großen Zeh ins Wasser gestreckt habe, finde ich es schon viel zu kalt. schau mal, ab ins Wasser. ab ins Wasser wach werden. und wie war es? herrlich, ich bin wach. war echt gut. schon frisch. aber angenehm. ja. hast du mich gesehen, wie ich reingegangen bin? schau jetzt so neben mir ganz gemütlich und plötzlich ist er weg. voll ausgerutscht. da kam plötzlich so eine Lehmplatte. das war voll glitschig. mega glitschig. das hat man nicht erwartet. denn erst geht es so mit Sand rein, dann plötzlich lag er weiter weg. jetzt frühstücken. herrlich. mega hier. schau jetzt mal die Schwanne. schau jetzt mal. mr. br jam strach. und wollte mich. Ok, du stehst noch im Bikini, sieht gut aus. Es ist richtig warm, es geht ein heißer Föhr, aber wir müssen jetzt schnell alles aufbrechen. Es ist auf einmal richtig schwarz geworden und es war echt eine Minute zurück, noch richtig sonnig, richtig warm, es ging in Föhnwind. Wahrscheinlich war es auch besser für warm, wenn es einfach so gewitter ist. Das war echt so... Ich glaube so war es ein bisschen, wir waren gerade noch mal schlimm im Meer, es war herrlich. Und man hat es aber vorhin gar nicht so gecheckt, es kam so vom Meer und die Sonne war so stark, dass man gar nicht gecheckt hat, dass es so dunkel war, bis dann die Sonne weg war. Ja gut, wir fahren vom Strand und gehen mal neue Stellplätze aufsuchen. Schnell ab vom Strand, das sieht verrückt aus, wie ein Gemälde. Das war ein bisschen. Ja gut, wir fahren. Das war ein bisschen. Ja gut, wir fahren. Und das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Es regnet! Ja, ein guter Test für unsere Feste, würde ich sagen. Ja, wir haben hier mal diese Umleistung oder was sagt man da? Rahmen haben wir mal abgemacht, um dann zu checken, ob und ob es noch irgendwo durchkommt und wo denn? Ja, okay, es ist nicht zu. Aber es kommt hier, am Scharnier. Ah, scheiße. Ja, wie ihr sehen könnt, unser Grunertuch ist wieder zurück. So eine Scheibe, ey. Es kommt jetzt noch ein Böe, es ist jetzt so fünfe, sechste rum, es wird jetzt bis achte noch einiges an Regen runterkommen. Danach bleibt es trocken, bis morgen früh um neun oder so und dann regnet es morgen aber den ganzen Tag. Deswegen ist heute Abend das Programm angesagt, kleben, genau. Die Frage ist natürlich, bringt es was, wenn es noch gar nicht ausgehärtet ist, wenn es morgen um neun wieder regnet, aber... Ja, doch, das härtet schon, der oberste Schicht härtet schon aus. Auf jeden Fall muss das Loch finden. Aber wir denken jetzt, dass es... Ja, das Gute ist das, was wir geklebt haben, das sieht alles gut aus, da bleibt Wasser davor stehen. Ja. Es muss irgendwo anders, wo man nicht hinsieht. Ja, deswegen. Ich glaube, es ist an den Scharnieren, wir machen diese Pinnen, die die Scharnieren halten. Die ich letztes Mal nicht rausbekommen habe. Genau, die probieren wir rauszubekommen und dann können wir da unten wahrscheinlich kleben. Weil da läuft es wahrscheinlich rein. Ist die Vermutung. Aber es muss da irgendwie da vorne irgendwo sein. Erstmal Wein und Lieben? Gute Idee. Das hilft bestimmt nachher beim Kleben. Ja. Ja. Boah, das war noch eine Geschichte, ne? Ja, wir haben auch gar nichts gefilmt, weil wir zu beschäftigt waren. Wir waren mega im Stress. Mit dem Kleben. Jetzt haben wir jedes Loch voller Silikone gestopft, eigentlich. Das wollen wir eigentlich nicht machen, wir haben es gemacht. Es wurde uns aber auch empfohlen, in dem Baumarkt, wo wir waren. Ja. Er meinte, das müsst ihr nehmen. Er kennt sich da aus mit Wohnmobil, Dach und Fenster. Und dann, okay, glauben wir es mal. Ja, auf jeden Fall ist jetzt... Ja, wir können uns vorstellen, dass an den Scharnieren halt reingekommen ist. Weil da war es auch ein bisschen nassig und da könnte es auch... Irgendwie, ich verstehe nicht, wie... Ne. Also total. Ich fand gerade schon, dass es aussieht wie wenn jetzt schon wieder Regen... Ja. Wobei... Muss nicht sein. Ne. Und es fiel... Ich saß oben auf dem Dach so gekleidet. Es war kalt, dieser Wind. Und dann nebenan ist immer ein Mann aus der Sauna gekommen. Und wenn es mehr vor wieder gebadet ist, dann wieder in die Sauna rein. Und dann dachte ich mir so... Oh, ich will auch in diese Sauna. Hast du nicht gefragt? Dein bestes Dänisch ausgepackt und... War in Deutschland. Ah, hier. Hat mich sogar noch gegrüßt. Ja? Ja. Hast du dich nicht getraut? Ne. Okay. Und warum hast du nicht mehr angezogen? Ich wollte keine Kleidung tragen. Lieber frieren. Ja. Am Anfang war es auch noch gut, aber es wurde halt immer später und die Sonne war weniger kräftig und der Wind kam wieder. Ja. 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 Also nicht unser bester Abend, aber hoffentlich hältst du uns dann trocken. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was wir tun müssen. Dann kommt der Tab einfach immer im Einsatz. Ja. Na, wir berichten auf jeden Fall. Also, guten Nacht, guten Abend, tschau, tschau. Okay, sag mal, bist du happy heute oder bist du happy heute? Ja, ich glaube, ich sehe zwischen den Zähnen. Ja. Happy. Happy. Es regnet und es ist trocken. Es bleibt. Ich guck nochmal. Wir sind so unentspannt, weil wir denken, gleich fängt es an zu tropfen. Aber es ist zu, ne? Also... Ich hatte schon Albträume heute Nacht. Ich habe geträumt, dass es regnet und dass zwar da, wo es immer rein kam, dass es da besser war. Also nicht komplett gut, aber besser. Aber dass es dafür dann an diesem Eck einfach so ein richtiger Strahl runter kam. Das habe ich geträumt. Und dann kurz dachte ich, das ist Realität. Da dachte ich so, ne, scheiße, das hat wieder nicht geklappt. Aber es hat was gebracht. Wir haben die Scharnieren ausgebaut, voll gefüllt. Das war es einfach. Drumherum war es einfach gut zu. Ja. Verstehe ich auch nicht, dieses Dachfenster. Da müssen keine Öffnungen sein. Da, wo die Öffnungen waren, ja. Ja. Ne, das ist irgendwie eine Fehl... Fehlkonstruktion, finde ich. Genau, ja. Aber gut, wir sind wieder im Trocken und können uns so langsam wieder entspannen, weil wir waren immer bei Regen ein bisschen so angespannt. Das ist ein schnelles Taf, wir müssen das Tafen fahren. Und äh... Dann konnte man auch nirgends hinfahren, wenn es regnet, weil das Taf muss ja drüber sein. Ja, das ist einfach blöd. Ein Dach muss zu sein, ne? Und jetzt ist es wieder zu, wir sind entspannt. Und heute geht's? Ja. Es geht heute Abend nach Norwegen. Es geht nach Norwegen, krass, ja. Wir fahren heute Abend mit der Ferne. 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 Oder geht's heute Abend rüber nach Christiansand? Ja. Von Hirtshals sag ich das ja dann. Gute zwei Stunden. Und es geht um halb zwölf oder so heute Abend. Ja. Halb zwölf. Also echt Nacht. Trotzdem was. Könnte vielleicht noch was hell sein, ja. Also, aber das heißt jetzt heute erst einkaufen. Groß einkauf erledigen. Gas nochmal nachfüllen, weil man bekommt kein Campinggas in Norwegen, was wir haben. Ja. Das holen wir noch. Und ja, dass wir abfahrbereit sind. Schön. Toilette leeren, Wasser füllen. Ja. Norwegen. Willkommen. Willkommen. Es regnet noch immer in Strömen. Es ist noch immer der gleiche Tag. Wir stehen mittlerweile vor dem Check-in-Schalter. Wir sind aber sehr, sehr früh dran, ne? Ja, wir sind sehr früh dran, aber es ist einfach nur Regen angesagt. Es ist auch kein Sinn noch irgendwo schön am Strand zu stehen. Können wir einfach auch schon auf dem Hafen. Ja. Am Hafen. Da warten, essen, chillen. Ja. Und Dachfenster-Situation. Mal wieder. Mal wieder. Es hat ja den ganzen Tag seit dem Morgen eigentlich geregnet. Und bis vor einer Stunde war alles gut. Und jetzt kommt schon so langsam das Wasser durch. Aber es kamen auch echt Massen runter an Regen. Ja, aber dicht muss dicht sein. Ja, dicht muss dicht sein. Das stimmt, aber ja. Und das ist es nicht. Ne. Das gute Morgen scheint die Sonne. Wir können alles trocknen, dass auch der Rahmen und so wieder schön durchtrocknen kann, das Holz. Ja. Und dann nochmal ran. Genau, wenn man sonst nichts zu tun hat. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun, ne? Hat man halt eine Beschäftigung. Ja. Herrlich. Jetzt freuen wir uns erstmal über ein Abendessen und eine Überfahrt. Du hast es dir mit dem Klopapier gemütlich gemacht? Gute Nackenrolle? Ja, ich brauche ein bisschen Nackenrolle. Nackensteif vom ganzen Tag rumsitzen. Kannst aber nicht mit aufs Boot nehmen, dein Kissen. Gibt es da aber Toilettenrolle? Ja, aber nicht als Kissen. Ich nehme auch mein Fließdecke mit auf dem Boot. Ich auch, denke ich. Okay. Zum Einkussel in mein Buch. Unser Boot ist übrigens da. Ja, es lädt gerade an. Da ist es. Es sieht abgespaced aus. Es ist anscheinend eine Speedfähre. Ja. Der fährt nur zwei. Sieht aus wie ein rechteckiges Ding von hinten einfach. Der fährt nur zwei Stunden. Der fährt nur zwei Stunden in statt vier Stunden. So wie der andere. Total. Und trotzdem war es der günstigste. Jetzt, ja. Jetzt. Aber es war wahrscheinlich wie mit am Abend fahren. Nachts meinst du? Mit am Nacht fahren. Ja. Und kurzfristig bucht. Vielleicht auch. Vielleicht auch. Ja. Sonderangebot. Schnäppchen zugeschlagen. Alle Autos sind, glaube ich, runter. Echt richtig viele Wohnmobile und Camper sind davon gekommen. Norwegen ist, glaube ich, echt so auch ein richtiges Camperland. Beliebtes Reiseziel. Genau. Und falls es euch interessiert, was wir zahlen für die Fähre. Wir zahlen jetzt einfach 160 Euro. Ja. Mit unserem Auto. Mit der Autogröße. Ja. Bis 6 Meter Länge und 2,35 Höhen. Wir dürfen ab aufs Boot. Wir sind in Norwegen. Wir sind in Norwegen und fahren unser erstes Schlaflitz. Und wir fahren gerade unter Wasser. Krass. Es geht einfach nach unten im Tunnel. Jetzt haben wir den tiefsten Punkt erreicht. Und dann geht es wieder langsam hoch. Aber wir fahren direkt auf so eine Halbinsel. Ja. Direkt bei Christiansan. Waren von der Fähre 20 Minuten. In 7 Minuten sind wir da. Das erste Schlafplätzchen gefunden. Gefällt mir schon richtig gut. Und schaut, da wird es schon wieder hell. Es ist 2 Uhr. Mitten in der Nacht. Und es wird schon wieder hell. Und schaut mal, wie süß es ist. Die Häuser. Direkt. Am Hafen. Megaschön. Jetzt geht es ab. Gute Nacht. Guten Morgen aus Norwegen. Wir haben einen traumhaften Platz hier. Ihr habt es schon im Dunkeln ein bisschen gesehen. Aber es ist einfach richtig schön. Ich zeige euch mal unseren Blick. Hier stehen wir. Das ist mein Blick. Und dein Blick? Zeige ich mal. Tada. So schön. Da ist so ein Mini Hafen. Mit diesen Häuschen direkt am Wasser. Richtig süß. Und dahinter ist direkt so ein Dorf. Und wenn wir hier ums Eck schauen. Dann ist hier ganz viel Wasser. Schön. Und hier ist so ein Surfclub. So ein Container. Wo die Leute ihr Material gelagert haben. Und da ist so Kunstgras. Da kann man aufbauen. Also. Megaschön. Und wie ihr sehen könnt. Es ist richtig warm. Ich habe kurze Hose. Top. Und ich friere nicht. Der Hammer. Schön. Hätte ich nicht gedacht von Norwegen. Da dachte ich. Ich brauche nur lange Hose. Und der Pulli irgendwie. Aber. Toll. Echt schön. Gestern war der erste Tag hier. Wir sind nochmal in die Nacht hier stehen geblieben. Weil gestern war direkt schön Wind. Und wir waren Wingen hier. Und es war mega schön. Und die Leute sind alle richtig nett. Also hier kamen auch welche zum Windsurfen. Und auch zum Wingen. Und alle direkt mega nett. Die haben sich voll gefreut. Dass da jemand anderes da ist. Und Tipps gegeben. Wo wir auf jeden Fall hin müssen. Wo es gut ist zum Surfen. Und auch andere Sachen. Und also echt alle mega freundlich und nett. Also es gefällt uns richtig gut. Unser erstes Plätzchen in Norwegen. Werden wir auf jeden Fall nie vergessen. Und da geht dann eine Treppe ins Wasser runter. Da läuft man dann mit seinem Material. Und wir hatten gestern Wind von dieser Seite. Und dann konnte man schön hier hin und her wingen. Ähm. Genau. Hier seht ihr. Oder da so ist Christiansand. Und da sind wir unterirdisch durchgefahren. Weil hier sind wir auf einer Insel. Das einzigste wo man auf dem Wasser bisschen aufpassen musste waren die Boote. Weil hier auch Bootsverkehr ist. Hier durch diesen Kanal. Ähm. Ja. Und manche die heizen dadurch. So richtige Speedboote. Da muss man immer ein bisschen aufpassen beim Wingen. Dass man nicht im Weg rumfährt. Obwohl gerade ein Boot ist. Genau. Heute ist Kai mit. Wir machen es gemütlich. Haben gerade noch mal. Oder Kai hat gerade noch mal sich ums Dach-Fan-Sale gekümmert. Und. Ja. Wir fahren dann heute ein neues Plätzchen an. Ich habe gerade gezeigt wo wir gestern gewinkt sind. Und dass die Leute alle so mega nett sind. Ähm. Und du hast dich ums Dach-Fan-Sale gekümmert. Ja. Das ist schon schön. Die Situation. Die hat mich schon schön beschäftigt. Dir wird es nicht langweilig. Dritter Versuch. Ja. Aber ich habe wieder gefunden wo das Wasser rein. Man hat es jetzt richtig gut gesehen. Weil alles war trocken. Und nur die Stelle da so Mini-Eckchen. Aber genau unter die Scharnieren. Was wir schon vermutet haben. Ja. Da ist nass. Alles wieder frei gemacht. Darunter ist auch nass. Also das trocknet jetzt. Ich glaube wir fahren jetzt einfach mal. Wir machen das Dach-Fan-Sale dran. Lassen das so trocknen. Weil es bleibt jetzt komplett trocken. Ja. Heute und morgen ist richtig Bombenwetter. Dann hast du Zeit zum trocknen. Weil das Problem war letztes Mal auch. Es hatte ja geregnet. Dann haben wir gesehen es läuft rein. Und dann war natürlich alles nass. Das konnte gar nicht so schnell trocknen. In den Scharnieren. Und dann haben wir einfach. Und das hebt nicht auf nassem Untergrund. Nein. War aus. Deshalb. Deshalb. Dritter Versuch. Weißt du ja? Driemaus Schäbrecht. Schäbrecht. Sagt man in holländisch. Das heißt dritter Versuch. Der klappt. Ja. Bei uns auf jeden Fall. Hast du ein schönes Plättchen gefunden? Traumhaft. Aber ich fühle mich irgendwie gar nicht in Norwegen. Weil es fühlt dir so südländisch an. Ja. Wie Sardinien. Riesen Sandstrand. Türkisches Wasser. Und Steine und Felsen. Ja. Ja. Erinnern uns ein bisschen an Sardinien. Es ist eine ganz andere Welt wie unser letztes Plättchen. Aber mega. Richtig schön. Dritter Tag in Norwegen. Und gefühlt auch dritter Land sozusagen. Also es ist so vielfältig bisher. Richtig vielfältig. Und wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Es ist richtig warm. Ganz ungewöhnlich. Alle laufen hier im Bikini rum. Ja. Anscheinend ist es auch ein Rekordhitze hier für Norwegen. Für Norwegen, ja. Also wir haben das südländische Wetter mitgenommen. Genau. Ja. Das liegt nur in uns. Ja. Und da sind wir gespannt was weiterhin wird. Was Norwegen noch so alles. Zu bieten hat. Und was wir alles sehen würden. Genau. Ihr werdet es auch sehen. Genau. Ihr werdet es erfahren. Ja. Aber nicht diese Woche. Wir haben übrigens gerade nochmal das Dachfenster geklebt. ein drittes Mal. Ob es dann wirklich dicht ist, erfahrt ihr. Nächste Woche. Morgen soll es regnen. Ja. Bis dahin. Mach's gut. Tack, tack. Tödyi.